Ahorn Immobilien präsentiert Ihnen eine sehr schöne 67 Quadratmeter große Wohnung in dem Haus hier hinter mir, komplett modernisiert. Zwei Balkone, offene Küche und einen Tiefgaragenstellplatz und ich freue mich, wenn Sie sich jetzt mit mir zusammen die Wohnung anschauen. Zwei Balkone, offene Küche und einen Tiefgaragenstellplatz. Zwei Balkone, offene Küche und einen Tiefgaragenstellplatz. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.